Was kann ich tun, wenn es mir schlecht geht? Heute möchte ich dir zwei Tipps geben, was du tun kannst, wenn du merkst, dass du in einer niedrigen Schwingung feststeckst. Also Trauer oder du wurdest vielleicht hintergangen, belogen, fühlst dich schuldig wegen irgendetwas, wurdest abgelehnt. Es gibt genug Gründe bei uns im Alltag, dass wir uns einfach ganz, ganz schlecht fühlen oder sogar wertlos fühlen. Was man da tun kann, da gibt es zwei Dinge, die ich selber nutze für meinen Alltag. Tipp Nummer eins ist, akzeptieren, dass es dir jetzt gerade so schlecht geht. Wir haben gelernt, dass wir, also gerade als kleine Kinder, dann auch im Erwachsenenalter ganz oft, dass wir nicht traurig sein sollen. Seid doch nicht so traurig. Brauchst doch keine Angst zu haben. Du musst dich doch jetzt nicht schuldig fühlen. Und das bringt nichts. Wenn ich Schuldgefühle habe, habe ich Schuldgefühle. Brauchst du mir gar nicht auszureden. Was hilft ist, wenn wir diese Gefühle zulassen. Habe ich in vielen Videos gesagt, aber ich glaube vielen, auch mir geht es oft so im Alltag, dass man das vergisst. Dass es mir erlaubt ist, mich schuldig zu fühlen. Wenn wir in einer Energie ankommen, weil Emotionen, Gefühle, es ist alles Energie. Wenn ich mir erlaube, wenn dieses Gefühl da ist, dass ich zum Beispiel mich in dem Moment abgelehnt fühle oder wertlos fühle. Ja, jemand hat mich enttäuscht, ich fühle mich jetzt wertlos. Schlimm wird es, wenn ich dagegen kämpfe. Das machen die meisten. Warum ist es passiert? Hätte nicht so sein sollen. Das kann man doch nicht mit mir so machen. Das heißt, ich lasse dieses Gefühl nicht zu. Und solange ich im Widerstand bin, wird dieses Gefühl bleiben. Wenn ich das Gefühl zulasse, es ist passiert, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, warum, wieso es ist passiert. Wir können es nicht wieder wegradieren. Das Gefühl, was jetzt dahinter steckt, was nicht gefühlt werden will, dahinschauen. Ist es der Neid? Ist es die Enttäuschung? Ist es die Kritik, die dann da war? Je nachdem, was du da für ein Problem hast, beziehungsweise ist es kein Problem. Es ist eine Herausforderung mit einem Gefühl, das wir nicht fühlen wollen. Dieses Gefühl zulassen und fühlen. Und in dem Schmerz, hört sich das blöd an, aber wie in dem Schmerz baden. Das hört sich total krank an. Aber wenn ich das zulasse, in dem Moment mich hinzusetzen und zu sagen, gut, ich fühle mich jetzt voll hintergangen und voll verarscht, hinsetzen und das zulassen. Der gesamte Körper wird dagegen kämpfen. Ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, dass mein Körper sagt, nein, nein, weil ich will mich nicht verarschen lassen und ich gehöre nicht zu denen, die abgelehnt werden oder sonst was. Aber wer bin ich, dass ich so arrogant denke, dass ich nicht abgelehnt werde oder dass ich nicht hintergangen werden kann? Natürlich. Wir sind hier, um alle Gefühlszustände einmal durchzumachen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder falsch bin. Das ist eine Emotion, die durch mich einmal fließen will. Diese Emotion oder dieses Gefühl bedeutet nicht, dass ich wertlos bin. Sie bedeutet nicht, dass ich dumm bin, dass ich schlecht bin, dass ich mangelhaft bin. Und das ist dieser kleine, feine Unterschied, den viele machen. Ich auch jahrelang. Dass wenn so etwas passiert, dass es direkt auf meinen Wert reflektiert wird von mir aus. Also ich tue das so interpretieren, das bedeutet, dass ich falsch sein muss. Und das ist ein Punkt, wenn du akzeptierst, dass das Gefühl da ist. Und auch verstehst, dass das Gefühl nicht bedeutet, dass du ein schlechter Mensch bist oder dass du falsch bist oder dass du wertlos bist. Das bedeutet das nicht. Das Gefühl will einfach nur von dir einmal gefühlt werden. Und dann fühle ich das und lasse es durch. Das ist eine Arbeit, das ist nicht so einfach. Für mich ist es immer so, ich mache das so, dass ich mich hinsetze. Ich brauche Zeit alleine, ein paar Minuten und gucke, dass ich es fühle. Manchmal, wenn wir im Alltag, ich habe ja immer Full House, manchmal, wenn die Kinder mich ständig brauchen, kann ich es nicht machen. Dann muss ich mal gucken, dass ich es abends mache oder morgens, wenn sie im Bett liegen. Dass ich mich mit dieser Emotion beschäftige. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, danach ist es weg. Und das hat bei mir lange gedauert, bis es dann weg war. Es ist eine Übung, ein Gefühl zuzulassen, das unangenehm ist. Es ist eine Übung, weil anfangs wird ganz normal dein Körper dagegen sich wehren. Dein Ego wird sagen, nein, nein, ich fühle das nicht. Nein, der andere wird in Schuldzuweisung kommen, dass die anderen böse sind, dass die anderen schlecht sind, dass in Ausreden kommen, dass du es nicht fühlst. Weil ein Teil deines Egos wird sterben, wenn du dieses Gefühl zulässt. Es hat dann keine Geschichte mehr, dass es erzählen kann. Aber bei diesem Punkt fängst du an zu heilen. Diese seelische Wunde, die dir dann zugefügt wurde, die kann dann anfangen zu heilen. Und sie schlägt nicht um in Frustration oder in Hass. Der zweite Punkt ist, die Geschichte zuzulassen, ohne... Es ist eigentlich ein Punkt, alles zusammen. Der erste Punkt ist es zu fühlen, ohne Widerstand. Und der zweite Punkt ist die Geschichte, die dir jetzt zugefügt wurde oder in der du gerade drinsteckst, die ganz schlecht ist, dass du sie zulässt, ohne über sie zu urteilen. Dann kommst du schneller raus. Wenn wir aufhören zu urteilen, wie böse manche sind oder dass ich jetzt das Problem habe und ich weiß, wie ich rauskomme. Wenn ich da komplett rauskomme, kann ich eine Lösung finden. Einstein sagte schon, das Problem kann nicht gelöst werden auf der Ebene, wie es entstanden ist. Und das heißt, ich kann mich verändern, meine Energie verändern, indem ich komplett in die Hingabe gehe, Hingabe in das Leben. Der Michael Singer hat dazu, oder Michael Singer auf Englisch, hat dazu ein tolles Buch geschrieben. Hingabe an das Leben. Wir alle zusammen werden niemals ein Leben führen können aktuell in dieser Zeit, in der wir auf der Erde leben, wo es uns nur gut geht, wo wir nur positive Gefühle haben. Selbst Babys, wenn die auf die Welt kommen, haben auch negative Gefühle. Sie weinen, wenn die Windel voll ist. Oder sie haben Hunger und das tut weh, dann müssen sie schreien. Oder sie haben Angst, weil die Mama gerade nicht da ist, dann müssen sie wieder schreien. Das heißt, diese Palette der Gefühle, die wir auf der Erde haben, die wird immer wieder uns besuchen. Immer wieder uns besuchen. Und wenn wir das wissen, können wir schneller aus Zuständen rauskommen, wo es uns schlecht geht. Weil wir akzeptieren, aha, okay, es gehört zum Leben dazu. Das bedeutet nicht, dass es für ewig so sein wird in meinem Leben. Ich werde auch an einen Zeitpunkt kommen, wo es mir wieder besser geht. Und dann merkst du auch schon, wie sich in dir etwas entspannt. Und wenn sich in dir etwas entspannt, wird die Lösung viel schneller auftauchen. Indem es sich entweder von alleine auflöst oder irgendetwas deinen Weg kreuzt, das dir hilft, dieses Problem schneller zu lösen. Das war es zu diesem Thema. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du Video-Vorschläge hast, was du auf diesem Kanal mehr sehen möchtest, schreib mir das gerne unten rein. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.